Musik Okay, wir haben hier wieder die Fackeln hier. Ähm... Nein! Alter, bin ich doof! Ich bin gerade ein bisschen nervös. Man merkt es bestimmt. Jetzt habe ich... Äh, ist auch zum Heulen. Okay. So. Äh, man merkt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich bin gerade sehr souverän. Alles ist gechillt. Äh, Soapstone. Okay. Ich dachte, mit dem Holz geht es dann da rein. Okay, aber mit dem Holz geht es einfach nur raus. Es geht nicht rein mit dem Holz, es geht einfach nur raus. Ähm... So. Dann mache ich so. Toll, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte da eigentlich Soapstone. Egal. Dann mache ich jetzt das Ding hier dran. So... Wups. Und dann mache ich einfach... Willst du mich verarschen mit dem Scheißrohr immer? Jetzt bau das mal richtig, Kollege. Das müsste jetzt aber funktionieren, oder? Das müsste... Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ähm... Okay. Dann baue ich hier wieder mit Dirt. Baue ich wieder zu. Ah. Praktisch. Äh... Oh, wie unpraktisch. Ich muss da mal... Oh Gott. Voll umständlich einfach. Mega umständlich. Aber dafür können wir jetzt hier easy rein. So. Dann machen wir später noch eine schöne Tür hin. Da hier haben wir... Und wir müssen hier nochmal zubauen. Glas sollte man ja... Haben wir genug Glas? Ich weiß es gar nicht. Wir sind ein zu hoch. So. Okay. Das Rohr geht jetzt da dran. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Engine pflanzen. Und wir brauchen natürlich... Die Rohre hier müssen wir natürlich noch zubauen. Ganz klar. Ähm... Die Engine. Bauen wir die... Drunter? Das müsste eigentlich auch drunter gehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal aus. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob's funktioniert. Dann können wir oben nämlich Erde lassen und bauen die Engine einfach unten drunter. Wupp. Und ich weiß nicht genau, wie man die anmacht jetzt, ehrlich gesagt. Weiß jemand, wie man die anmacht? Muss ich da vielleicht ne Fackel daneben sitzen? Äh... Ne Redstone Fackel? Ich weiß es gar nicht. Toll. Wir haben zwei normale Fackeln. Das ist ganz gut. Aber das bringt uns jetzt gar nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die anmache. Nö. Das geht auch nicht. Weiß zufällig jemand gerade, wie man das Ding hier anmacht? Äh... Mit einem Hebel. Okay. Dazu bräuchten wir... Ein Grey Wacker. Was mach ich denn hier? Ich bin... Oh Gott. Ich bin jetzt völlig aus dem Konzept gerade. Ich bin völlig aus dem Konzept. Ähm... So. Hebel. Was hab ich denn mit dem Scheiß hier? Den Knopf hab ich ja nicht wieder mitgenommen. Okay. So. Weißt du was? Hebel. Hier so. 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 Okay. So. Hier kommt immerhin gut. So. So. Die geht ja ab, nach vorne! So, dann haben wir hier nochmal, äh, gleich müsste, äh, Eckplant müsste kommen. 34 haben wir ja gerade. Das ist das Lila, ne? Drööön. Boah, geil. Ich freue mich gerade voll. Ich freue mich gerade voll. So. 36, 37, 38, wir sortieren da alles weg. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch, ne, jetzt müssen wir das Ganze, uah. Müssen wir das Ganze nur noch irgendwie verstecken. Hier sind die Rohre noch. Alter, wie viel? Oh, oh, die blinkt schon. Jetzt bin ich gespannt, wenn die jetzt explodiert Lassen wir uns überraschen Ich weiß nicht, ob es die Engine war Ich hab ein bisschen Angst Alle sagen, die explodiert nicht Aber ich habe trotzdem Angst Sieht momentan noch ganz gut aus Vielleicht können wir da einfach schottendicht machen Atom-Explosion Geile Scheiße Guck mal, hier zieht das alles raus Alter, das hätte man sonst alles manuell einsortieren müssen Und der ballert das hier einfach ganz gemütlich Ich feier das gerade so extrem, ich kann es gar nicht sagen Ich möchte den ganzen Tag nur hier zugucken Und den ganzen Tag Sachen vom Felsam in die Kiste schmeißen Nur damit er das einsortiert Ich weiß nicht warum Ich finde es total geil Es ist gegenüber dem alten Let's Play Guck dir das mal an, Mann Guck dir das, Mann Gegenüber dem alten Let's Play Ist das so einfach so eine Verbesserung So eine unfassbare Verbesserung Krass Boah Es ist einfach unglaublich Ich kann mich gar nicht satt darin sehen Ginger, juhu Da haben wir noch einen Platz frei für Ginger Wenn das zu voll wird Wenn es zu voll wird, sucht er sich übrigens leere Slots Der sortiert nicht automatisch irgendwie Macht das schön, wie wir das gerade gemacht haben Der sucht sich eigene Aber vielleicht Können wir da uns aber noch was anderes machen Das heißt, wir können zum Beispiel Wir können zum Beispiel das ganze Gemüse vom Feld Das ballern wir dann in die Kiste Wird aussortiert Dann nehmen wir noch eine andere Kiste Wo wir einfach Steinsorten reinballern Die tun wir dann Oder wir machen auf jedes Stockwerk immer so eine Irgendwie so eine eigene Kiste Ne, dass man dann irgendwie sagt Okay, wir haben dann hier auf dem Stockwerk Haben wir eine Steinkiste Die wird dann einsortiert Blablabla Bliblablub All so ein Scheiß Und vor allen Dingen auf der anderen Seite Das Schöne ist Pass auf Ich übertreibe gerade voll Du Schöne Ne, pass auf Aber das Schöne ist Pass auf Das Schöne ist Wenn man auf der anderen Seite zum Beispiel Hier noch so Ich weiß nicht, ob die connected sein müssen Da bin ich ganz unsicher Du kannst Du hast diesen Draw Controller Ne, der sortiert alles ein Und wenn das Umfeld zu breit wird Dann musst du nicht einen zweiten basteln Sondern du baust einfach Hier Controller Slave Den baust du einfach Gut, der kostet genauso viel Nur statt eine Diamantmasse Gold Und Der wiederum Der wiederum Macht nämlich genau das gleiche Außer dass der den Radius Von dem Controller Nämlich noch erweitert Über mehrere Regale Sodass du quasi Ich kann die Wand bis da nach hinten ziehen Und baue noch ein paar Slaves Total geil Bam, 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 bam Und der sortiert alles fröhlich durch die Gegend Ist wie WLAN Es ist wie WLAN-Kisten Voll geil Boah, ich feier das So, hat er jetzt schon hier Guck mal, da hat er jetzt automatisch Äh, was sind das da unten Ach, die Sojabohnen hat jetzt da rein sortiert Obwohl die, ja Wo sind die Sojabohnen? Ach, die haben wir hier drüben drin Siehste, hier sortiert das natürlich nicht rein Wir können uns die Sojabohnen hier rausnehmen später Und ballern die einfach hier drüben hin Voll geil Alles mega So, jetzt haben wir hier noch diese komischen Börden Ich sag mal Börnen So Äh Ich glaub, die sind voll, ne? Wintersquash ist voll Hat der hier wieder welche angelegt irgendwo? Nee, ne? 128 passen maximal rein Mmh 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 Das ist kurz passiv Ich passe erstmal hier So So Müssen wir noch ein bisschen manuell sortieren natürlich So Plups Oh Ach, da hab ich schon wieder welche Nice Danke Wo kamen die hier her? Lagen die noch unterm Regal, weil die nicht einsortiert werden konnten? Mmh 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 Goll Ach, da Ach, oben rechts Ah, okay Vielen Dank für den Hinweis Upgrades Ach ja, die Upgrades Wollte ich ja auch noch machen Juhu Upgrades Siehst du, da hat der Direktor sofort was nachgepflegt Die Bellpeppers nämlich Ich muss es momentan noch ein bisschen nachsortieren Manuell natürlich, weil Ähm Ne, ich wollte ja ein neues Ding anfangen Für die Dinger, weil wir so viel davon haben Deswegen hab ich das da raussortiert Genau wie für die Kiwis Die müssen wir nochmal irgendwo schön sortieren Kiwis haben wir auch ne Menge Äh So, Kiwis pack ich zum Beispiel mal hier rein Dann La 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 So Warte, wie geil das einfach ist Ich feier das so extrem ab gerade So Habe ich keine liegen lassen? Nein Habe ich jetzt alle reingeballert gerade? 128 Kiwis 50 Kiwis Alles gut Das läuft Okay, jetzt läuft gerade der Spargel Gleich kommen noch die Dinger Ach, ist schön Ich mag das gerade sehr gerne Oh, da fliegt ein Ich glaube, da ist gerade ein Schmetterling durchs Rohr geflogen Und ist dann verpufft Wie geht das denn? Wie geht das denn? Okay, guck mal Jetzt hat er hier das zweite Ding angefangen Was okay ist Weil die können die Erdbeeren dann woanders hin Dann kriegt jedes Dann bräuchten wir theoretisch für jedes Ding nur sowas Eigentlich eine Einzelschublade Diese Dinger können wir dann vielleicht Weiß ich nicht Da müssen wir vielleicht mal gucken Dass wir vielleicht wirklich für jedes Ding Dass wir große Schubladen hier hinballern Also diese hier Da passt auch entsprechend was rein Da haben wir 173 schon drin Ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen Weiß ich gerade nicht auswendig Wir haben noch 61 Sojabohnen Zack, 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 zack Nehme ich mal raus Und baller die mal alle hier rein 234 Da passen halt wesentlich mehr drin Äh, mehr rein So, hier 234 Upgrades kann ich noch reinpflegen Sodass dann noch mehr reinpassen Ähm, die Upgrades Dafür brauchte ich auch noch Quarz Ne, der Quarz Ne, die wollte ich auch noch bauen Oh, ist schon wieder dunkel geworden Das passiert, wenn man Was ist denn das für ein Schmetterling? Der hat voll die Farben gewechselt die ganze Zeit Der Schmetterling, voll geil Ähm, das passiert, wenn man Spaß hat Es wird draußen schnell dunkel Okay, schlafen gehen Geil Geil, geil So Einen wunderschönen guten Morgen Es ist so schön Ich freu mich sehr So Ähm Freunde Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken Ähm Ähm, ähm Das haben wir alles gemacht Das haben wir alles gemacht Ich wollte noch ganz kurz gucken Wegen dem Ding Wegen was von Ding eigentlich Äh Ach ja, wegen dem, äh Upgrade hier, ne? Status Upgrade braucht man Äh, Redstone, easy going Ach ja, die Redstone Comparator braucht man dafür Zwei Stück davon noch Okay, und dafür braucht man zwei Neter Quarz Haben wir die zufällig gerade noch da? Ja, haben wir noch Ähm Drei Redstone, zwei Stück brauchen wir davon Also eins, zwei, eins, zwei Achso Drei, vier Hey, ich bin Droof So, sechs Okay, und dann sechs Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ähm Achso Ja, ich bin natürlich wieder der schlauesten Einer So, jetzt haben wir sieben Toll Okay, eins, zwei Dann können wir gleich zwei machen Wir haben den Stein gar nicht dabei Ich bin doof Entschuldigung Wir brauchen wieder Grey Wacke oder irgendwas Hol ich eben nochmal schnell Mann, wieso ist das leer? Warum, warum flitzt denn da nix? Ich will, dass das dauerhaft im Betrieb ist Ich, äh Bin ja ein bisschen gierig geworden So Ähm Grey Wacke Wo bist du denn? Grey Wacke, da Jetzt hab ich gleich 64 rausgenommen Ist auch egal Wird ja reichen So Ich hoffe Grey Wacke geht Und dann probieren wir nochmal ganz kurz Hier den hier Dann den Comparator Rezept drauf So Eins, zwei Eins, zwei Eins, zwei Zwei Niederquartz auch nochmal Eins, zwei Und dann nochmal ganz kurz Eins, zwei Eins, zwei Eins, zwei Zack Dann haben wir die Und dann machen wir nochmal ganz kurz Die Status Upgrade Die möchte ich nämlich echt nochmal ganz kurz zeigen Mh Warte mal Dann haben wir diese hier Upgrade Template Ich baller die mal in die Mitte gerade Ach man Ich bin doof Entschuldigung Ich hab halt falsch geklickt natürlich So Ach Die Template Dinger haben wir auch weggelassen Ne Klar So Sekunde Ding, ding, ding Lass ich drin So Template Dinger Zack Komm hier drin Dann Die Comparator Halt Einen nur Und Sticks Eins, zwei Drei Vier Ganz ehrlich Die Rezepte werde ich mir niemals alle auswendig merken können Okay Haben wir erstmal eingemacht Oh Entschuldigung Nehme ich mit Äh Haben wir erstmal eingemacht So Gut Den kann ich jetzt hier überall dran zwiebeln Zum Beispiel Kartoffeln Wir müssen immer wissen wie viele Kartoffeln wir haben Ne Zack Und jetzt sieht man da unten Aha Habe das Ding gerade reingepflanzt Das sieht dann so aus Hier ist da drin Ein Upgrade Kann ich auch wieder rausnehmen Kann ich auch woanders einbauen Ähm Angenommen Ich will den woanders einbauen Dann sagen wir mal hier 66 Kartoffeln ist nicht viel Da sieht man das nicht so richtig Hier haben wir zum Beispiel Sojabohnen Haben wir 234 Hallo Hallo Was habe ich jetzt gemacht So Habe ich jetzt hier Doch ist richtig Sojabohnen Da sieht man schon Der rote Strich geht ein bisschen weiter Ne der rote Strich geht ein bisschen weiter Das heißt wir haben so Indikator Wann die Kiste voll ist Wenn ich jetzt also zum Beispiel Ich mach das mal gerade händisch einfach Obwohl ich da natürlich gerne So Äh Sojabohnen Geh ich mal ganz kurz pflücken Toll wir haben eine Da hinten vielleicht noch ein paar Nicht fressen Junge Wir werden später aus Sojabohnen Noch köstliche Gerichte zaubern Okay So Mach ich wieder zu Ich weiß nicht ob man den Unterschied jetzt sieht Kann ich jetzt nicht sagen Aber auf jeden Fall Also bei diesen Kisten Ich fände es halt mega praktisch Ähm 15 mehr Hat man gesehen Ist ein bisschen weiter nach vorne gegangen Und jetzt gar nicht Weil es Weil das Ding hier einfach so viel fasst Das ist einfach so krass So Ähm Ja jedenfalls Ähm Jedenfalls Das zeigt dann Dieser Indikator zeigt dann an Wann die Truhe voll ist Wann man vielleicht die nächste anlegen sollte Und so weiter Wann nichts mehr reinpasst Und so weiter Und sofort Sehr sehr geil Also es gibt schon sehr geile Möglichkeiten Hier noch weiterzubasteln Ich guck mal ganz los Bellpepper Haben wir jetzt hier Und haben wir jetzt da Ich glaube Ich glaube Ich möchte überall so große Kisten haben Ich finde das hier eher niedlich Ne Das mit dem kleinen finde ich sehr cool Sieht sehr cool aus Aber wir sollten eigentlich diese Kisten hier bauen Für hier unten Alles andere lohnt sich nicht Weil ganz ehrlich Sind wir mal ehrlich Wir benutzen immer so viel Krempel Und wir haben immer Wir sammeln immer so viel übertrieben Musst mich mal ganz kurz anders hinsetzen Ähm Oha Oha So klingt das dann Und ähm Ne Wir bauen immer Ne Wir machen so übertrieben Wir machen immer so übertrieben Und lalala Dass wir vielleicht andere Kisten machen sollten Wir können natürlich hier noch die Upgrades machen Aber dann brauchen wir mal Diamanten Und ganz ähnlich Wenn die dann noch voll sind Also wenn die Kisten noch voll sind Ich glaube man kann die Upgrades auch stacken Ne Dass du so ein Ding drin hast Aber du kannst auch diese Diamanten Upgrades machen Ähm Oder was war das andere Amethyst glaube ich Ich bin mir gar nicht so sicher Dass du dann quasi Ähm Du machst hier ein Upgrade rein Diamanten Upgrade da noch Diamanten da noch Da noch Und kannst dann quasi so ewig viel sammeln Ohne dass du ein ewig riesiges Ding brauchst Verstehst du Warte das hört sich falsch an Ohne dass du ein ewig Äh ne Weißt du schon was du meinst So Ich glaube ich will tatsächlich diese Dinger haben Ich finde diese hier ein bisschen zu durcheinander Ich gehe mal Kisten bauen Lalalala Lalalala Lalalalo Lumlumlumlumlum Kisten bauen Da haben wir schon mal Ein Oak Drawer Haben wir schon Hier ist noch Der ist noch mit doppelt Ne Ähm Die Rohre können wir erstmal weglassen Da lasse ich die Rohre erstmal weg Wir bräuchten eventuell noch Hier die Templates brauchen wir noch Ähm Das Ding können wir auch erstmal Wir bräuchten eventuell noch so ein So ein Vergleicher Äh nicht Vergleicher Wir brauchen noch so ein Slave Controller Slave Den bräuchten wir noch Ähm Und jetzt aber erstmal Sacred Was ist denn Sacred? Sacred Oak will ich nicht 32 Stacks Prayer Draw Okay Das sind 32 64er Stacks Ich kann das gerade nicht im Kopf ausrechnen Aber äh Du verstehst das schon So Oak Drawer Drawer Zack Brauchen wir Kisten für Natürlich Holz haben wir zum Glück ein bisschen da Oh Gott Na gut Das wird einiges Äh Holz brauchen wir dafür Brauchen wir erstmal Kisten Okay Wieso habe ich denn Ich habe gar kein Holz mehr Habe ich da hinten in die Truhe gelegt Wir werden ein bisschen mehr Holz brauchen Okay Spruce Wood könnte man theoretisch auch machen Ist im Grunde genommen egal So So Hätte ich auch so machen können Egal Zack Ähm Das Holz belasse ich erstmal so Lalalalalala Huch Hat er gerade gar nicht weiter gemacht So Huuu Okay Fünf Dann hier Na ich weiß gar nicht wie wir brauchen ehrlich gesagt Pro Kiste kriegen wir ein so ein Drawer Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie viel wir davon haben wollen Wir brauchen noch ein bisschen Holz Aber das haben wir noch da Ich mache jetzt mal zwölf gerade ne Wir haben glaube ich vierer Höhe oder dreier Höhe Ich glaube wir haben dreier Höhe Vierer Breite Also zwölf Müsste eigentlich hinkommen So zwölf Truhen Juhu Okay Ähm Und wir brauchen erstmal wieder Holz Ding 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 Okay das haben wir Ähhh Dann die Dinger dahin Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Nein elf Eins, zwei, drei, vier, fünf Six Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ö Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs 14 Mist Nein Warum? Okay, warte, wir brauchen mehr Holz Okay So, ich brauch noch mal ganz was mehr Holz Ding 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 So, das muss reichen Okay, jetzt hier alles rein 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 So, hier und erstmal jetzt Bin ich jetzt faul Zack Achja, wir hatten ja schon eins übrig Jetzt sind wir 13 Na egal, haben wir immer noch eins übrig Warte Holz nehm ich wieder mit So, jetzt ist die Frage Diesen scheiß Knopf Wieso, was mach ich denn jetzt mit dem? Lass ich einfach hier Feuerzeug lass ich hier Knopf lass ich hier Redstone Fackel lass ich hier Nähter Quarz pack ich nicht hier rein Möchte ich gerne in einer besonderen Truhe haben Am besten in der, die sowieso schon randvoll ist Glas lass ich auch erstmal hier Diamanten nehm ich einfach mit Klar Hab ja sonst nichts zu tun Ähm Vielleicht lass ich die beiden erstmal raus Oder das eine Holz nehm ich vielleicht mal mit So